Also ein paar Infos zum Coronavirus. Das neue Coronavirus ist in der Tat ein neues Virus. Das ist nicht ein Virus, das schon lange in der Bevölkerung da ist. Das kommt aus China. Und es ist ein Virus, das zu den sogenannten respiratorischen Viren gehört, also zu den Viren, die über die Atmung übertragen werden können und dann auch klassische Erkältungssymptome auslösen kann. Bei den allermeisten sind das wahrscheinlich ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Husten. Es kann auch ein bisschen Schnupfen dabei sein. Und das war's. So wie man das von normalen Erkältungsviren auch kennt. Allerdings, wie alle Erkältungsviren, können auch Coronaviren tiefer absteigen in die Lunge. Das machen sie besonders gerne bei Leuten, die vorgeschädigt sind oder aber die schon sehr, sehr alt sind. Und in der Lunge kann sich dann auch eine Lungenentzündung ausbilden. Und eine Lungenentzündung ist immer eine ernsthafte Erkrankung. Die muss dann auch behandelt werden. Da brauchen die Leute Sauerstoff. Das reicht dann in der Regel aus. Und wenn es ganz, ganz schwer verläuft, dann müssen die Leute auch mal an eine Lungenmaschine für ein paar Tage angeschlossen werden. Und das kann man alles relativ gut behandeln, wenn die Leute jung genug sind, wenn die Leute sehr, sehr alt sind und einen ganz schwachen Kreislauf nur noch haben. Dann kann es sein, dass jemand so eine Behandlung dann auch nicht übersteht. Das ist aber nichts, was jetzt nur für dieses Coronavirus der Fall wäre. Das macht zum Beispiel auch das Grippevirus. In diesem Jahr haben wir schon mindestens 247 Menschen, die an einer Grippeinfektion gestorben sind auf den Intensivstationen. Im Jahr davor waren es fast 1000 Menschen. Das war ein etwas härterer Grippewinter. Im Jahr davor noch mal mehr. Da waren es 1700 Menschen, die an der Grippe nachweislich gestorben sind. Die Schätzungen gehen allerdings weit höher. Also von diesen 1700 Menschen im Jahr 2018 weiß man, sie hatten eine Lungenentzündung und sie hatten Influenza. Aber man weiß genauso, dass man nicht alle damit erwischt mit diesen Messungen. Und dann kann man ausrechnen, wie viele waren das dann in Gesamtdeutschland wohl. Und da kommt das Robert-Koch-Institut auf Schätzungen von 25.000 Menschen, die im Winter 2018 in Deutschland an der Grippe gestorben sind. Von diesen Zahlen sind wir mit den Coronaviren meilenweit entfernt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wenn wir mehr Coronavirus-Infektionen in Deutschland bekommen, dass wir dann jetzt nicht bei 50 Todesfällen stehen bleiben werden, wie wir es jetzt haben, sondern dass das auch in eine Größenordnung klettern wird, wie sie für Grippe typisch ist. Aber wenn wir jetzt wirklich 500 Todesfälle bekommen sollten, dann werden alle Leute Panik bekommen und keiner wird wissen, dass das Ganze letztes Jahr doppelt so viel war und keiner hat es gewusst, nämlich durch die Influenza. Die Leute sind allerdings jetzt natürlich noch besonders beunruhigt, weil sie ja nicht nur auf die Todeszahlen schauen, die in Deutschland sehr, sehr gering sind und mutmaßlich auch im Bereich der Grippe bleiben werden, weil wir sehr gute Krankenhäuser haben, sondern sie sind insbesondere beunruhigt, weil man die Zahl der Infizierten zählt. Und die geht ja rasant hoch, egal was man macht. Das verdoppelt sich ja alle vier, fünf Tage, die Zahl der Infizierten in Deutschland. So sieht es zumindest aus. Aber dieser rasante Anstieg der Fälle ist ein scheinbar rasanter Anstieg. Das liegt nämlich daran, dass die Laborteste, mit denen wir die Coronavirus-Infektion nachweisen können, sehr, sehr neu sind. Und vor zwei Monaten hat man noch gar nicht auf Coronaviren getestet. Und dann hat man so allmählich angefangen, auch dieses Virus mit in die Testungen aufzunehmen. Bei uns am Institut waren es am Anfang eine Handvoll Teste, die wir pro Woche durchgeführt haben. Später waren es dann 20 Teste pro Tag. Inzwischen sind wir bei 400 Testen pro Tag. Und selbst wenn sich die Menge am Coronavirus in der Bevölkerung gar nicht großartig ändert, wird das dazu führen, dass man trotzdem, weil man mehr testet, natürlich auch viel mehr Fälle entdeckt, die da sind. Und in der Phase sind wir im Moment, dass die Zahl der Fallmeldungen, die wir haben, dominiert wird von der Zahl des enormen Zuwachses an Testungen, die wir haben. Das Robert-Koch-Institut macht aber auch eine andere Messung, die sehr sinnvoll ist. Eine sogenannte Sentinel-Messung. Da lassen die sich von niedergelassenen Praxen jede Woche 250 Proben einschicken von Patienten, die Schnupfen haben, Husten haben und Bronchitis haben, die einfach Erkältungssymptome haben. Und dann wird geguckt, in wie viel Prozent dieser Fälle eigentlich ein Coronavirus für diesen Schnupfen oder den Husten oder die Bronchitis verantwortlich ist. Und das ist derzeit in 0,5 Prozent der Fälle der Fall. Also 99,5 Prozent aller Erkältungen, die wir draußen sehen, werden durch andere Erkältungsviren ausgelöst, nicht durch Coronaviren. Und bei diesen Zahlen sehen wir im Moment keinen dramatischen Anstieg. Also letzte Woche ist in dieser sogenannten Sentinel-Gruppe ein positiver Fall von 250 Proben gewesen. In der Woche davor auch ein positiver Fall von 250. In der Woche davor 0 von 250. Und in der Woche davor 0 von 250. Das ist also der Anstieg, den wir sehen, von 0 auf 1. Ein verlässlicher Anstieg, würde ich sagen. Diese exponentiellen Anstiege, die sind nicht verlässlich, weil die Zahl der Testungen enorm ansteigt. Also insofern, wenn man sich auf irgendetwas verlassen will, was einem beunruhigen sollte, dann vielleicht eher so auf die Meldung, wie viele Leute wandern eigentlich wirklich auf die Intensivstation. Auch nicht, wie viele wandern ins Krankenhaus. Das ist auch eine Zahl, die irrelevant ist, weil viele Krankenhäuser im Moment Patienten aufnehmen, um sie zu isolieren. Das kann ein 25-Jähriger sein, der einen positiven Test hat, dem es wunderbar geht, aber der wird trotzdem im Krankenhaus aufgenommen, um isoliert zu werden. Entscheidend ist also eher, wie viele Leute müssen auf die Intensivstation oder wie viel versterben. Das kann man sich ganz gut angucken. Auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Zahl der an Coronavirus versterbenden Leute steigt auch deshalb an, weil wir vermehrt testen, wenn vor sechs Wochen jemand an einer Lungenentzündung im Krankenhaus gestorben ist und wir wussten jetzt nicht, dass es Influenza ist oder Rhinoviren sind oder Para-Influenza-Viren. Auf diese Viren wurde schon immer getestet. Sondern das Testergebnis ist eigentlich negativ und in 50 Prozent der Fälle ist das Testergebnis negativ für die Viren, nach denen wir schauen. Und jetzt ist Coronavirus drin. Dann zählen diese Leute natürlich auch als Coronavirus-Tote, die man vor sechs Wochen oder acht Wochen so gar nicht gezählt hätte. Und von solchen Leuten werden wir in Zukunft natürlich auch mehr haben, weil wir einfach mehr nach Coronavirus suchen. Also insofern werden auch die Coronavirus-Todeszahlen stärker ansteigen, als sie das in Wirklichkeit tun. Also sie sind auf jeden Fall da, aber der Anstieg wird weniger stark sein, als man das so glaubt. Also sie sind auf jeden Fall da, aber der Anstieg wird weniger stark sein, als sie das in Wirklichkeit tun. Also sie sind auf jeden Fall da, aber der Anstieg wird weniger stark sein, als sie das in Wirklichkeit tun.